Frühestens nachmittags können sie zurück. Arbeitsmarkt. In Deutschland sind neue Auszubildende immer besser qualifiziert. Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung hat mittlerweile jeder vierte Azubi, Abitur oder Fachabi. Vor sechs Jahren war es nur jeder fünfte. Das Institut warnt allerdings, dass Schulabgänger mit niedrigeren Abschlüssen nicht aus handwerklichen Jobs verdrängt werden sollten. Eins live. Sektorwetter. In der Nacht werden die Wolken immer dichter und es zieht Regen auf. Es kühlt sich ab auf zwölf bis neun Grad. Der Tag morgen wird so richtig verraten.